Und jetzt aber endgültig Aufruf für Kampfnummer 2. Das ist ein Halbfinalkampf mit dem Schülerpapiergewicht bis 38,5 Kilogramm. Dementsprechend die Kampfdistanz dreimal eine Minute. Ich rufe in die rote Ecke vom Viziko-Dreckenfeld Erwin Vogel und in die blaue Ecke vom JT Ansbach Daniel Frohloff. Der Kampf findet statt unter der Leitung von Referee E. O. Kern als Punktrichter fungieren Karl-Heinz Wolfstädter, Fritz Reuter, Franz Kern, Diana Milady und Werner Köster. Ring frei, Runde 1. Ring lui, Runde 1,2. Ring, Rundined 1. Vielen Dank. Vielen Dank. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen zehnten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Erwin Vogel vom PC Burg Lengenfeld, er ist elf Jahre alt und bestreitet heute seinen vierten Kampf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.